Diese Taste der Fernbedienung dient dazu, den Tisch nach oben zu bewegen. Die Taste links unterhalb, die nun beginnt zu leuchten, dient dazu, den Tisch in Richtung der Gantry bzw. durch die Gantry durchzubewegen. Die Taste darunter dient dazu, das Laserzielvisier einzuschalten und natürlich auch wieder auszuschalten. Diese Taste dient dazu, den Tisch schnell nach außen und nach unten zu bewegen. Sie wird meist nach einer CT-Untersuchung verwendet.